Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Fußballkanal, sage ich ja mittlerweile, denn ich mache jetzt auch Spielerportraits, habe bereits das erste Video hochgeladen. Mario Götze gibt ein paar Infos und und und, guckt es euch an, wenn ich da nicht. Auf jeden Fall, jetzt geht es weiter hier bei FIFA in meiner Saison 2013-2014 mit dem FC Bayern. Und ja, Champions League Halbfinale 1-1 Hinspiel, das letzte Ligaspiel habe ich, glaube ich, verloren. Jetzt geht es auf einem Samstag gegen Werder Bremen. Ich liege zwei Punkte hinter Dortmund am 31., nee, am 32. Spieltag, werden wir gleich sehen. So, Heimspiel gegen SV Werder Bremen. Ein wichtiges Spiel, ich darf es nicht verlieren, sonst ist die Meisterschaft wirklich futsch. Auch wenn, ja, schon dreimal gesagt, Meisterschaft futsch. Heute kann es wirklich so weit sein, deswegen, ich muss unbedingt gewinnen. Einmal ein Blick auf meinen Spielerkader. Von der Champions League sind sie natürlich alle. Selbst der Ribery, Thomas Müller ist noch verletzt. So, wie soll das sagen, die Abwehrspieler. Ja, ich muss einfach mal durchwechseln. Thiago kommt für Draxler. Ich versuche es einfach mal mit Thiago auf der 10. Götze tauschen gegen Mandzukic. Martínez für Kroos. Dann habe ich ja noch Boateng. Der muss auch mal wieder spielen hier für Hummels. Ja, und das war es auch. Viel mehr will ich ja jetzt erstmal gar nicht ändern. Und auf geht's! So, da sind wir wieder im Stadion. Wir freuen uns auf das Spiel. Was ist denn hier los? Spielkommentar? Ja, wenn man einmal nicht mit der Speicherkarte in der Xbox das Ding startet. Das ist ja zum Kotzen hier. So, das nervt mich. Ich muss das... Ja, nee. Das wollen wir ja nicht sehen. Deswegen Einstellung. Ähm, Spieleinstellung. Ah, ich glaube hier war das. Nee, nicht Tele. Da, da, da. Audio. Na, da. Kommentar. Auch auf Null genau wie die Musik. Denn mit der Musik gibt es auch nur Probleme nachher, wenn man, ähm, Werbung schalten will. So. Spiel fortsetzen. Jetzt kann es endlich losgehen. FC Bayern. Gegen Werder Bremen. So, man zuckt jetzt mal wieder von Anfang an und er zeigt gleich, dass er will. Aber er kriegt den Ball hier nicht. So, Arjen Robben erobert sich den Ball. So, Basti Schweinsteiger. Ah, versucht es hier mit einem langen Pass. Arjen Robben. Ah. So, Einwurf für Bremen. Ich habe jetzt nicht geguckt, wo Bremen steht. Die müssten eigentlich, äh, Mittelfeld bis, keine Ahnung, um den Abstieg spielen. Eigentlich. Oh, faul hier gegen Mann Zugütsch. Und Martínez. Alaba. Boateng und Arjen Robben. Schöner Pass auf Shaqiri. Und er muss abschließen. Shaqiri. Jawohl. Ha, ha, ha. Ja, da ist es. Das 1-0 durch Shaqiri. Ich weiß jetzt gar nicht, wo der spielt. Vielleicht für Ribéry noch auf der linken Seite. Naja, jetzt ein Glück, dass er da mal über halb rechts kam. So, weiter geht's. Ein schnelles 1-0. Ich habe ja auch noch ein paar Tore weniger als Dortmund. Deswegen, oh, vielleicht klappt es hier, dass ich tatsächlich mal, tatsächlich mal ein höheres Ergebnis einfahre als immer nur 1-0, 2-0. Selten auch mal ein 3-0, wenn ich gewinne. So, Arjen Robben. Schöner Pass jetzt auf Mann Zugütsch. Der Pass zurück auf Philipp Lahm. Philipp Lahm, da fragen mich ja immer wieder viele, warum ich den nicht einfach mal auf der 6 spielen lasse. So, hier jetzt Thiago mit einer Flanke. Aber die kommt überhaupt nicht an. Ja, Philipp Nahm auf der 6. Keine Ahnung. Ich glaube, das macht bei FIFA einfach noch keinen Sinn, weil diese Position bei FIFA für Philipp Lahm einfach nicht vorgesehen ist. Machen wir uns nichts vor. Es ist immer noch ein Computerspiel. Und hier fast eine Chance für Mandzukic. So, also Bremen ist hier zu schaffen, zu knacken. Die lassen hier am Anfang schön viel zu. Nochmal raus auf Schweini. Und Shakiri raus auf Thiago. So, ich glaube, Thiago spielt über links und Shakiri auf der Draxler-Müller-Position. Ah. Da war ich zu verspielt. So. Neuer Spielaufbau. Kirchhoff auf Robben. Und der sieht natürlich einen Mann Zugitsch. Ein Wurf Bremen. So. Ist natürlich hier jetzt die Frage. Kann ich mit dem FC Bayern recht schnell nachlegen? Und natürlich, wie aggressiv spiele ich jetzt nach vorne? Oder riskiere ich dann doch eher das 1-1, wie es in dieser Saison schon so oft passiert ist? So, hier. Ach. Oh, gefährliche Situation. Aus so einer Situation habe ich gerade in der Champions League den Rückstand bekommen im letzten Spiel. Ah, der war nicht so gut, der Pass. So, jetzt hat Bremen gerade eine richtig starke Phase. Ich komme hier gerade bis zur Mittellinie. Und, oh, bin froh. Boateng, der grätscht da halbwegs ins Leere. Oh, hier kommt Bremen schon wieder an den Ball. Vielleicht bin ich einen Tick. Oha. Oha. So, jetzt einfach mal zurück zu Manuel Neuer. Hinten ist er ja sicher als Libero quasi. So, vielleicht mal wieder ein bisschen mehr auf Ballbesitz gucken hier. Ein bisschen Sicherheit reinbringen in die Pässe, ins ganze Spiel. So, Thiago auf Alaba. Und den kriegt er nicht. Gleich wieder zustellen. Mann, Zugitschköpft das Ding erstmal zurück. Oh, gibt ein Wurf für mich. Damit habe ich ja nun nicht gerechnet. Ich dachte, man zugechattet, den geköpft. So, Thiago. Seitenwechsel lahm. Robben. Vergeblich. So, jetzt Bremen hier mit einem Konterversuch. Oh Mann, und dieser Petersen, das ist doch ein Ex-Bayern-Spieler Neuer. Sensationell gehalten. Oha. Sensationell gehalten. Ähm. Das hat zum einen damit zu tun, dass er ja, natürlich kriegt er wenig zu tun in so einem Spiel. Aber wenn er was zu tun kriegt, wenn er mal ein Ball aufs Tor geht, geht das Ding oftmals rein. Das war vor zwei Jahren gerade gegen Gladbach ist mir das erste Mal aufgefallen. Gladbach in zwei Spielen mit drei Torschüssen, in zwei Spielen mit drei Toren. Naja, aber ich mag ihn ja, den Manuel Neuer. Aber jetzt gegen, gestern gegen Dortmund, wo die Bayern dann 3-0 gewonnen haben, hat er doch richtig gut gehalten. So, jetzt Thiago. Und Thiago, nein! Oh, und der Nachschuss auch abgefälscht. So, gleiches Halbseiten, steht hier 1-0. Ich konnte nicht nachlegen. So, jetzt hier Elia. Der Flop-Transfer bei Bremen. Einwurf Bremen jetzt. Oh, 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 oh! Ah! Oh, oh! Neuer wieder mit einer Glanztat. Also so langsam... Bin ich froh über das Ergebnis. So, Manzucic ist ja nun nicht gerade der, der hier... Und oh, auf Thiago. Aber der Pass war nicht lang genug oder Thiago zu langsam. Halbzeit. Es steht also 1-0 für mich. Nach einer guten Anfangsphase. 1-0 durch Shakiri in der achten Minute. Gucken wir uns doch mal die Chancen an. Und hier natürlich in der achten Minute das erste Mal Shakiri im Sechzehner. Und das Ding passt wie angegossen. Dann hier, ja, Torschance für Bremen durch Petersen in der 36. 42. Nochmal Parade Neuer. Okay. Und 44. Parade Militz. Okay, da war nichts los. Also demnach... 45. Nochmal eine Riesenchance für Bremen. Also mit dem 1-0 bin ich ganz gut bedient. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Steht hier was von Dortmund? Steht nichts von Dortmund. So, demnach... Demnach geht es jetzt erstmal gleich weiter. So, und das nächste Spiel ist ja hier nachgleich der Champions League Halbfinale. Rückspiel 1-1 im Hinspiel. Wird also richtig interessant und spannend gegen Galatasaray Istanbul. Wer im anderen Halbfinale spielt, habe ich noch gar nicht geguckt. Ist auch erstmal uninteressant. So, jetzt hier richtig schön gepasst. Thiago, ah, kommt da nicht durch. Diesen Trick habe ich allgemein immer die... Ah, ah, komm. Oh, Ding. Ja. Einwurf für die Bayern. Mann, Zuckic mit sieben Saisontoren. Ja, ich muss auch sagen, er spielt nicht besonders oft. Und das wird nächste Saison sicherlich nicht besser werden. Eher bin ich am Überlegen, Mann Zuckic abzugeben und lieber ein Kruse oder ein Kevin Volland zu holen. Gehören mittlerweile zu meinen Favoriten auf dieser Position, auch in der Nationalmannschaft. Ah, so wollte ich den gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich auf Alaba schnitzen. So, wie gesagt, Max Kruse heißt er, glaube ich, von Gladbach. Hört aktuell zu meinen Favoriten für eine echte Stürmerposition in der Nationalmannschaft. Und das wäre für mich ein Grund hier bei FIFA zu sagen, Max Kruse, den hätte ich gerne in meiner Mannschaft. Denn so schlecht kann er dann ja auch bei FIFA nicht sein. So, Shaqiri wartet hier auf Schweinsteiger. Och, aus. So, ich muss mich mal wieder ein bisschen mehr auf dieses Spiel hier konzentrieren. Weil, wie gesagt, ich würde gerne doch noch ein zweites Tor machen. Und 1 zu 0 mit zu behaupten ist immer recht kompliziert. Wenn man ein Gegentor kriegt, ist gleich das ganze Spiel versaut. So, Thiago über links. Bisher noch nicht überragend. Auch in der zweiten Hälfte bisher nicht. Ach, da kriegt er ihn. Hm. Ach, wenn er den noch irgendwie kriegt. Leicht zu Unrecht gelobt. Äh, kritisiert. So, da. Ja. Ah, schade. Wieder zu kurz das Ding. Also, ich müsste jetzt einfach mal wieder anfangen zu versuchen, hier ein bisschen mehr auf Ballbesitz. Ich versuche hier auch eigentlich eher schnell nach vorne zu spielen. Boah. Dann auch noch. Also, Bremen, die geben hier richtig Gas in den Zweikämpfen gerade. Es ist gar nicht so einfach, hier im Mittelfeld mal den Ball über mehrere Stationen zu spielen. Im Gegenteil. Bremen, also hat sich hier... So, komm. So, jetzt mal Kirchhoff. So. Und ich muss mir jetzt auch Gedanken machen, wen ich hier jetzt noch rausnehmen kann. Wen ich denn für das kommende Champions League Halbfinale Rückspiel schonen kann. Und dann auf jeden Fall den Schweinsteiger. Der muss raus. Und für Schweini kommt... Oh Gott, ich hab überhaupt nicht daran gedacht, dass ich dann auch noch ein paar Spiele... Naja, wechseln wir mal... Hm, wie machen wir denn das? Ähm... Naja, da wechsle ich nur den Dante ein. Und, äh, Dante Elitante für Kirchhoff. Ah, ne, der Schweini muss raus. Das ist nicht gut. Und dann nehm ich auch gleich noch den Robben raus. Und für Robben kommt dann hier der... Der Draxler. Ja. So, und dann... Naja, bin ich doch nicht ganz so fit am Mittwoch, wie ich's gerne hätte. Aber ich muss auch die Spiele hier noch überstehen. Und wenn ich da ein paar Spiele hab, die da im roten Bereich sind, ist das natürlich nicht so schön. So, hier Shakiri. Oh, jetzt nochmal ein richtig feiner Pass auf Alaba-Flanke. Wenn der ankommt, steht's hier 2 zu 0. So, jetzt ins Aus, den Ball. Foul. So, jetzt wird gewechselt, hoffe ich. Komm, 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 hier und... Oh, die Schweinebacke. So, komm. Kloppt das Ding ins Aus, an der Mittellinie. Das sieht gut aus. Jetzt kann ich endlich wechseln. Ja, Jan Kirchhoff hat sich in dieser Saison zu meinem Favorit in der Im-Verteidigung gemausert. Neben Mats Sommels. Mats Sommels hatte ich ja verpflichtet, in der Zurückrunde hin, also in der Winterpause quasi. Draxler hatte ich zu Saisonbegeln gleich schon geholt. Und ja, mal gucken, was ich jetzt noch nach dieser Saison neues verpflichten werde. So, Manzukic. Und hier ist Draxler. Ah, schade, den wollte ich eigentlich mehr auf Manzukic. Auf den hier. So, Alaba. Alaba. Ah, das war natürlich nicht so prickelnd. So, 75. Spielminute. Ballbesitz wieder erhöht. Oder auch Ballkontrolle. Ballbesitz ist ja immer so abwertend, finde ich. Oder nicht so schick formuliert, wie halt Ballkontrolle. Nein. Ach. So, Boateng. Aber auch die Bremer machen das jetzt in dieser Phase des Spiels hier ganz gut. Ich glaube, wenn das 1-0 so früh nicht gefallen wäre, wo Ikichi kommt, wäre das Spiel hier nochmal richtig spannend geworden. Wobei dieses Spiel immer noch spannend ist. Denn ein Tor ist ja nun wirklich nichts. Vor allem nicht, wenn hier mal... Mensch, schon faulen darf ich auch nicht. So ein langes Ding. Ich weiß nicht, warum man Zugitsch da nicht losrennt. So im eigenen Stadion jetzt hier nochmal diese... Dante, da muss er raus gegen die LIA. Ah, Sensor. Ach nein, keine Ecke. Das wollte ich ja vermeiden. Ich muss noch 5 Minuten durchhalten. Boah. Aber kein Problem hier für Manuel Neuer. So, dann lassen wir die Bremer mal abziehen. Und natürlich will ich jetzt auf der einen Seite natürlich auch die Zeit rumkriegen hier. Auf der anderen Seite natürlich will man immer noch ein Tor mehr machen. Man Zugitsch auf Julian Draxler. Und hier Philipp Lahm mit links Pfosten. Uuuuh. Ich bin noch bei diesem Pfosten-Ding. Das muss... Oh, hier Martinez versucht nochmal. 90. Minute ist um. Jetzt pfeift doch ab, du blöder Schiri. Ach, nee, nochmal Einwurf. Ach, Marco Astronautowitsch. Ja, 1-0 Sieg. Ganz wichtig. Ganz wichtiges Ergebnis. Drei Punkte. Und... Fast das 2-0. Ich glaube, hatte Bremen noch eine richtige Torchance jetzt. Irgendwie nicht. Manuel Neuer war da. Ja, aber Glück wünschen sie ihm zu 0 Sieg. Und hier kommen nochmal die Höhepunkte. Nochmal das 1-0 von Shaqiri in 8. Minute. Bum. Dann hier 71. Minute Parade von Manuel Neuer. Ja, der Vollständigkeitshalber. 82. Naja, wieder so eine Art Parade. So, und jetzt 86. Wieso zeigen die hier nur die Bremen Halbschancen? Hier, Philipp Lahm mit dem Pfostenknaller. Den können sie auch nochmal wiederholen. Nee, hier ist Shaqiri in 8. Hatte ich wirklich nur diese eine Philipp Lahm-Chance? Oh, oh. Naja, gut. Ballbesitz 54%. Bester Spieler Shaqiri 8.0. Das ganze Spiel war demnach also nicht so übermäßig gut. Schussgenauigkeit, oh Gott, oh Gott. Passgenauigkeit auch nicht gut. Naja, das war mal wieder ein Let's Play von mir. Und das nächste Spiel Champions League Rückspiel Halbfinale gegen Galatasaray. Seid dabei, wenn ich wieder ein Video hochlade. Das war's von mir von Alf Puschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.